Die Corona-Lage in Taiwan hat sich entspannt. Die Menschen trauen sich wieder, mit anderen Kunden zusammen Eis zu essen. Die Entspannung der Epidemie und die Vergabe von Gutscheinen haben den Konsum eingekurbert. Auch im Bezirk Schimending sind wieder Menschenmengen zu sehen. Hier werden ebenfalls lokale Gutscheine verteilt, die wiederum viele Kunden anziehen. Ein weiterer Grund dafür sind wohl sinkende Miete. Man hofft, dass die Corona-Krise schnell vorbei geht, damit die Menschen unbeschwert einkaufen können.